Jedes Datenbankverwaltungssystem organisiert seine Daten auf eigene Art und Weise. In diesem Video werden wir uns die Organisation der Oracle Database anschauen. Dabei werden wir auch hingehen und für den Online-Shop einen eigenen Tablespace und eigene Datenbankbenutzer erstellen. Zunächst beginne ich damit, indem ich Ihnen etwas über die Hierarchie des Oracle Verwaltungssystems erzähle. Und zwar ist es so, dass alles, also alle Datenbanktabellen, Views, Indexes usw. in der Oracle-Welt ganz allgemein als Objects bezeichnet werden. Das zweite, was man wissen sollte, ist, dass jedes Object zu einem Schema gehört. So, bis dahin war es recht einfach. Für Umsteiger von anderen Datenbankverwaltungssystemen ist es allerdings etwas ungewöhnlich, dass man bei der Oracle Database nicht zwischen dem Schema und dem Datenbankbenutzer unterscheidet. Ein Schema ist also gleichzeitig auch ein User. Hierin unterscheidet sich Oracle von anderen Datenbankverwaltungssystemen. Ich werde im Folgenden meistens den Begriff User verwenden. Wenn bei Oracle also ein User ein Object erzeugt, ist er automatisch auch der Eigentümer und auch das Schema des Objects. Eine weitere Besonderheit bei Oracle ist, dass die Datenbank logisch gesehen in sogenannte Tablespaces aufgeteilt ist. Auch dies schauen wir uns jetzt an. Nach der Installation sind bereits einige Tablespaces vorhanden. Und um die zu betrachten, gehen wir wieder in SQL Plus. So, und jetzt können wir die uns anschauen, indem wir hier eine Select-Anweisung schreiben. So, und dann sehen Sie, welche Tablespaces bereits nach der Installation hier schon angelegt worden sind. Physisch wird ein Tablespace in einer Datei oder auch in mehreren Dateien abgespeichert. Diese Dateien werden DBF-Dateien oder Database-Files genannt. Die bereits vorhandenen DBF-Dateien befinden sich auf unserer Festplatte. Das können wir uns jetzt mal anschauen. Und zwar gehe ich hierfür mal in Oracle Excel rein, App und dann wieder Oracle und dann sind die hier Oracle Data XE. Und dann sehen Sie hier die DBF-Dateien. Obwohl wir die vorhandenen Tablespaces für die Online-Shop-Datenbank nutzen könnten, empfiehlt der Hersteller, dass Geschäftsanwendungen eigene Tablespaces verwenden sollten. Wir werden deshalb nun einen Tablespace für den Online-Shop erstellen. Hierfür gehe ich jetzt wieder in SQL Plus rein und schreibe mal create-tablespace. Und den Tablespace nenne ich onlineshop-tablespace. Und jetzt gebe ich auch an, wo die Datei ist, datafile, c, Doppelpunkt, Oracle XE, App, Oracle, Oradata und dann XE. Das war ja der Pfad und jetzt kommt der Name onlineshop.dbf. So, und jetzt muss ich noch die Größe angeben, size 100m, die initial angelegt werden soll und auto-extend-on. So, und dann Enter. So, jetzt führe ich noch ein Commit aus und dann sollte die Datei angelegt worden sein. Und wie Sie sehen, ist hier die DBF-Datei, die wir soeben erzeugt haben. Ja, als nächstes werden wir nun auch einen Datenbank-Benutzer erzeugen. Den neuen Benutzer nennen wir onlineshop. Onlineshop wird der Eigentümer und somit auch das Schema der Datenbank-Tabellen für den Onlineshop sein. Weil ein Hacker eventuell mit Hilfe der Anwendung die Datenbank-Tabellen beschädigen könnte, werden wir noch einen weiteren Datenbank-Benutzer erstellen, dem wir den Namen onlineshop-user geben werden. Onlineshop-user wird lediglich berechtigt, Datensätze der Onlineshop-Tabellen zu selektieren, einzufügen, zu ändern oder zu löschen. Auf diese Weise schützen wir die Anwendung etwas vor Langfingern, die trotz Sicherheitsvorkehrungen im Java-E-Server und entgegen aller Erwartungen SQL-Anweisungen an die Datenbank senden könnten. Mit folgenden Anweisungen erzeugen Sie die beiden Schemata Onlineshop und Onlineshop-User, und zwar create user erstmal, dann den Onlineshop. Jetzt müssen wir noch sagen, welches Passwort wir verwenden, identified by Passwort, nehme ich mal supergeheim, unterstrich 123. In einem Produktivsystem würde man natürlich ein ganz anderes Passwort nehmen. Default, Tablespace, und jetzt muss ich das Tablespace benennen, Online-Onlineshop, und dann, wie hatten wir es genannt, da oben, Online-Shop-Tablespace, so, Enter. Der eine Benutzer ist angelegt, jetzt noch der andere, dafür gehe ich mit dem Pfeil einmal nach oben, und dann habe ich jetzt wieder die alte Anweisung, jetzt kann ich die ein bisschen abwandeln, und zwar kann ich sagen, create user, Onlineshop-User, identified by, einfach geheim, 123, und der Rest bleibt so. Beachten Sie bei dem Namen des Schemas, dass die Groß- und Kleinschreibung keine Rolle spielt. Hinter dem Schlüsselwort, identified, haben wir das Kennwort eingegeben, mit diesem Kennwort wird sich dann der Datenbank-Benutzer zukünftig authentifizieren können. Gleichzeitig haben wir mit Default, Tablespace auch angezeigt, dass die Datenbank-Benutzer den Tablespace, Online-Shop, Tablespace zugeordnet sind. Die Datenbank-Benutzer für den Online-Shop sind also jetzt fertig, allerdings bedeutet das noch nicht, dass wir uns mit Ihnen schon anmelden können, denn hierfür müssen Sie erst berechtigt werden. Ja, in diesem Video habe ich Ihnen jetzt erklärt, dass bei der Oracle Database schlichtweg alles, wie zum Beispiel Datenbank-Tabellen, Use-Indexes und so weiter als Objects bezeichnet werden, wobei jedes Object eindeutig zu einem Schema gehört, der gleichzeitig auch als Datenbank-Benutzer betrachtet wird. Auch auf die logische und physische Einteilung, Tablespaces und Data-Files sind wir eingegangen und zuletzt haben wir auch noch die Datenbank-Benutzer beziehungsweise die Schemata für unseren Online-Shop erzeugt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017